Hier ist noch eine Tür, da ist noch einer hinter. Man kann nicht aufs Klo. Das ist ja ein Kackhaus. Ein Fest. Ja, ich sehe das. Bei mir wolltest du neben der Tür. Kann ich aufwärts gelabern? Lohn! Wo wollen wir denn hier hin? Da hinter uns. Da fliegt ein Flugzeug! Komm, stürzt jetzt Elsa ab. Da müssen wir hin. Kommst du mit hier? Finde den abgeschülpsten Fragenflieger. Und der ist ja da, wo die Rauchwolke ist, würde ich sagen. Ja, das hilft ein bisschen, ne? Ist auch die Qualität. Aber die ist tatsächlich so mies. Ich habe das auch auf dem Flugplatz, wo ich gedient habe, immer nicht verstanden, was sie so toll fanden. Und was sie da verstanden haben wollten bei den Funksprüchen. Da kann man... Mehr habe ich da nicht gehört. Und wo uns war ihr Amtssprache Russisch. Ach, scheiße. Na, mittlere? Beistück. Kein Haus in der Nähe. Wann kommen wir jetzt zwei zu mir? Ich bringe gar nichts. Geh doch mal weg. Nimm doch mal das Medipack. Danke. Ach, Mann. Ja. Man ist zu langsam in dem Spiel. Man muss auf alles warten. Auf alles Mögliche. Dass er die Munition wechselt. Dass das Medipack wirkt. Das ist immer... In solchen Situationen fällt einem das dann auf die Füße, ne? Ich kann nicht alles nehmen. Ich komme hier aus dem Ding nicht raus. Jetzt aber... Ist okay, ja. Ja, ich werde gerade verfolgt. Ich bin sowieso gleich wieder weg. Ich habe zwei Hände, bleibe ich hier. Ja, röste mich mal noch ordentlich. Oh, scheiße. Wo bist du denn jetzt, du Vogel? Ja, ja, komm hier mal, komm hier mal. Ach, die ist alle. Cool, dass ich das auch schon mitkriege. Treppe. Nun mach doch die Tür auf. Danke. So, hier ist ein Koffer. Ich habe noch nicht einmal Munition für diese Waffe jetzt gefunden. Für die gute, ne? Ach, der ist aus Wut explodiert. Das ist aber schön. Bloß, die bringt mir auch nichts. Ich hatte noch eine Schrotflinte, ne? Ja, da ist sie. Wo ist er? Hör auf, mich zu ignorieren. Doch, von denen schwarzen kriegt man Schrotflinte. Ach, ich bin gleich tot. Ich bin schon wieder tot. Mal kurz Mediket. So. Man möchte ja auch, wenn man die guten nimmt, nicht zu viele nehmen, ne? Ich habe eine ganz andere Waffe in der Hand gehabt. Spiel. Endlich, Arschloch. Vollmantel für die MP. Da haben wir hier ein paar Grüne. Die anderen sind weg. Wie geht's ihr denn? Die ist weg? Da unten, bei der Kirche. Wo ich drin war. Da, ja. Da ist was, ne? Aber ich habe Suchekonvoi nach geheimer Fracht. Ach so, ich habe nichts bis auf den Schneequest. Ja, und das meine ich immer, ne? Das springt bei mir dann immer ganz woanders hin. Da ist sie. T. So, ich habe sie jetzt auch rausgewählt. Ist ja da ein bisschen unirritierender. Ach, hier haben wir aber. Oh, dass sie jetzt auf einmal bei der Kirche ist. Ja. Hä? Und beim Auto, hä? Da hat sie was liegen gelassen. So. Das ist Corporal Elsa Korshandi. Vöre detta Wrokenpilot. Hör någon, das? Komm. Ich bin Anita. Wie bist du mit dir? Wir können dir helfen. Wir haben ein bisschen Mediziner. Und wir sind auf ein säkertes Stelle. Auf... Ja. Dann ist du, der sprirte Toki-Toki. Ist das hellbruschiert? Wann, wie bitte? Dann beschwert die sich noch. Draußen in der Ferne. Irgendwie eine Rundschaft haben wir gekriegt. Neue Mission. Kampf gegen die Kälte. Trifft dich mit Elsa im Weinkeller. Achso, da können wir... Warte, hab ich wieder nicht. Wo ist der Weinkeller? Da unten. Gut, ich reiz wieder hin. Ja, da müsste ein Funkgerät sein. Nee, doch, ist ein Funkgerät. Funkgerät ist vorhanden. Ich hör da komische Geräusche. Das gefällt mir nicht. Dann lass uns doch mal... Äh, wo bin ich denn? Hä? Wie? Meine Fresse. Das war doch... Ach, das war ja im Hotel. Im Hotel war das. Wo ist denn... Ich hab da kein Funkgerät. Aber ich kann da schnell Reise hin machen. Also, das ist das Funkgerät, glaube ich. Nö, Unterschlupf können wir ja mal in der Schnellreise hin machen. Ich wusste nicht mehr, dass das noch ein Unterschlupf war. Hallo. Ja, nö. Bist du schon da? Eine Weile. Ah, das ist eine gute Idee. Warte. Oh. Da, Mensch, dann geh ich extra auf die andere Seite. Nicht so viel, das ist das Spiel. Alles auf Aufnahme. Warte mal, ich muss hier erstmal sortieren. Ich hab dir... Das, der nicht steckt. Das ist zum Heulen. Warum sehen hier die freiwilligen Charaktere aus wie Männer? Also, so viel Müll hab ich gar nicht. Sieht eigentlich alles ganz in Ordnung aus. Ich hab hier übrigens noch so einen Munitionspack. Woll ich den mal hinstellen? Was meinst du? Brauchst du Munition? Gut. Wir wollen das für die kriegen, die wir brauchen. Ich hab's hier reingezogen. Sechs. Da. Ah, MP. Pistolenmunition. Pistolenmunition. Aber ich kann nicht mit ihr reden. Das ist auch nicht MP. Ach, das ist... Die sieht aber ja noch ganz heil aus. Also du, Gruppens Lachschämpfer. Was? Lass. Die ist hässlich von ihr. Heil aus. Heil mit A. Nicht mit G. Oben in der Kühlkammer. Ah, bin ja schon. Erledige die Maschine in der Kühlkammer. Komisch. Waren so oft hier schon zu besuchen. Keiner hat es beachtet. Da kam ich nicht rein. Jetzt können wir aufsperren. Nimm mal deinen Schlüssel. Fertig. Der war hier schon die ganze Zeit drin, ihr Spinner. Grüne Munition. Oh, cool. Suche nach dem Hauptschlüssel des Hausmeisters. Ach, jetzt können wir den Schlüssel finden. Interessant. Men die Kellen war bra. Die Juris-Schlüssel haben die Upteke-Hotelle und Hittos. Mit Schlüssel finden. Men wir kommen eben auf Friseide herwäderet. Wärme Systeme-Hotelle der El-Drivet. Oh, und wenn es alle Zimmer durchsuchen? Hier ist noch ein Koffer mit Erste-Hilfe-Set. Ich würde hier erst mal gucken. Oh, der Stromausfall muss die Zimmer aufgesperrt haben. Ja, wir sollen die Zimmer durchsuchen. Endlich. Oh, die Flitten kann man wieder nicht öffnen. Noch eine Toilette. Wo war das? Achso, die Zimmer waren ja oben, ne? Ja, eine Etage bin ich jetzt hochgegangen. Oh, Hilfe runtergefallen. Wir müssen aber alle Zimmer nehmen, beide nehmen, wegen Loot, ne? Oh, ich geh schon mal hinüber. Hier ist keine Überraschung im Zimmer. Ich hab Spinnen. Ja, hatte ich eben. Deswegen hab ich geschossen. Noch eine Spinne? Einmal komm ich in ein Zimmer, wo ich nie reinkam. Nicht mehr Waffe. Das ist ja Müll. Trippel, 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 trippel. Oh, hier liegt einer. Ein Nee. Ein Zimmer haben wir denn schon mal geschafft, Herr Siebi. Hier ist der Fernseher kaputt. Trippel, trippel, trippel. Das ist aber der Fernseher, was ich hier gehört hab. Aua. Das ist aber ein komischer Fernseher. Oh, Mamie, die Katze fressen. Na, du komm. Ich hör hier was rauschen. Hier eine das Wasser nicht abgedreht. Wenn man so dicht dran ist an den Gegnern, macht sich die Schrotflinte gut. Auch grad bei den Spinnen. Oh, jetzt gehen alle Türen auf. Nicht alle. Ja. Das war der Schlüssel? Ich dachte, das wäre eine Tatschlampe. Hey, ich will die gleich Jacke. Hier unten bei mir sind Medi-Packs. Hier oben ist noch Müll. Wenn du schießt und bei mir geht das Menü weg zum... Ich finde hier jetzt ordentlich Medi-Packs. Also musst du hier unten die Etage noch mal abgrasen, ne? Warte mal. Sag mal. Manchmal ist das unverständlich mit dem... Oh, der ist ja noch nicht tot, ne? Da ist noch ein, ne? Sag mal. Nimm mich mal runter. Verstehe ich nicht. Naja, egal. So. Jetzt gehe ich eine Etage höher. Hier sind nur noch alle Türen zu. Ach, hier ist abgesperrt. Aha. Ich habe mal noch Spinnen. Ja, ich auch. Hier ist eine tote Spinne. Hier ist ein toter Mann. Hier ist ja eine Waffe. Hier ist ja eine Waffe. Adrenalin. Koffer. Nichts hat er mir übrig gelassen. Huch. Hier geht es ja gar nicht weiter. Ob war ich das da oben so für wahr? Hier ist doch noch eine Spinne. I'm sorry. Aber wenn ich sie nicht sehe. Ja, wie gesagt, da unten waren mehr MediPacks, mehr zum Ende hin, wo die Räume an der Seite sind. Da waren ganz viele. Das ist genauso MediPack, das ist doch von hier oben. Aha. Ich finde jetzt hier oben, finde ich jetzt Adrenalin. Und eine Gasmaske habe ich gefunden. Und dann sind auch die Zimmer für Schöne. Das sind doch genau die gleichen. Die Dichten haben wir. Nein. Ich bin fertig. Hier ist aber noch ein MediPack, das brauche ich. Hier auch. Ne, hier ist nur eine Hose, die lasse ich drin. Ne, das war ein Kleid. Ich halte nach oben. Alles nehmen. Oh, ein Schottenrock. Oh, ne, hier oben sind die Zimmer schöner. Du, ich habe einen Schottenrock gefunden. Wir hätten hier umgeräumt. Hier hat einer sich ein... Ne, ne Dings gebaut zum, zum Verteidigen. Hier geht's noch höher, ne? Ja. Warst du ganz oben noch schon? Ganz oben? Bin oben. Ganz, ganz oben? Weiß nicht, wie weit hoch das geht. Das kann ich dir nicht sagen. Na, da wo die Treppe zu Ende ist, bin ich jetzt. Werd ich schon lange sein. Hier sind aber alle Türen zu bei mir. Ja, weil ich auch auf der anderen Seite bin. Hier ist Massage. Massage. Da liegt Adrenalin. Cool. Habe ich genommen. Hier ist eine Sauna. Oder ein Waschraum. Medipack. Oh, hier bin ich wieder raus. Okay, Fahrstuhltür. Oh, Dietrich will ich jetzt nicht. Hier ist Büroraum. Hier waren wir auch nicht drin. Hier sind wir nirgendwo reingekommen. Munition. So wie das aussieht, hat sich das eh nicht belohnt. Naja gut, die Medipacks nehme ich aber gerne mit, du. Ja, wenn ich das hier oben gerade mal eins finde. Das ist natürlich dann enttäuschend. Ich habe schon ein paar mehr gefunden. Aha, hier musst du gewesen sein. Hier sind die Zimmertüren auf. Auf den Balkons waren wir, glaube ich, ne? Ganz hier oben, da ist er. Hier hinten, hier habe ich noch aufgemacht. Ich weiß nicht, ob die Türen vorher zu waren. Die waren zu. Übrigens ist hier ein Solarium. Jo, Massage. Und hier liegt ein Adrenalin. Dann nimm es mit. Ich habe da schon eins gefunden. Dann leg mir das hin, dann sammle ich das wieder ein. Wenn du kannst. Erstmal muss ich zu Ende luten. Ja, mach das. Ich stehe hier im Waschraum. Bei den blutigen Klamotten. Und das kann weg. Das kann weg. Alles, meine Materialien können weg? Nö, ich habe hier andere Sachen, die ich weglege. Und den Generator anmachen. Oh. Wir sollen den Generator anmachen? Ja. Cool, dann ist wieder Strom. Aber das wäre dumm, wenn wir jetzt den Generator anmachen. Dann sind die Türen wieder zu. Da ist Adrenalin drin übrigens immer noch. Ja. Nehme ich jetzt auch raus. Das macht nichts, warum alle Zimmer durchgekramt. Ja, wir gehen jetzt runter. Oh, hilfhaft. Oh, magst du mich aufheben? Was hast du gemacht? Ich bin ein Meter gefallen und dann... Ein Meter? Du bist da runtergesprungen, weil du zu faul warst zum Laufen. Ah, ich muss die Treppe tatsächlich runtergehen. Da findet er mal ein Adrenalin. Dann braucht er das auch gleich. Ich habe dir vier Stück gegeben. Da war nur eins. Geht jetzt den Generator anmachen mit mich. Ja? Ach, wir kommen hier mal rein ohne dich. Was? Oh. Ernsthaft? War doch klar. Ah, so viel Adrenalin hat es nicht zum Leben. Ich bin zu. Zu. Ich muss nachladen. Ich muss mir die Peck fressen. Hier ist eins. Nehm. Oh, die hat ja... Was hat die? Ein Hochexplosives. Das nehme ich. Das nehme ich. Das nehme ich. Das nehme ich. Nehm. Für Frauencharaktere. Oh, Waffenküste. Müll. Hier ist eine MP drin abgenutzt. Eine MP5 in grün. So muss der Generator sein, ist sie nicht. Ach, hier. Ah, Tige. Mach. Möchtest du? Nö. War sie das eben auch? Ja. Was ist das für ein Geräusch? Was macht die für Geräusche? Überhaupt wusste ich, dass sie das Mikro triggern kann. Ach ja, stimmt ja. Ja, du hast das ja jetzt anders gemacht. Deswegen hört man sie nicht mehr so, ne? Nö. Das stimmt wie künftig. Kampf gegen die Kälte abgeschlossen. Bei Mission, der Höhlenschlund. Erkunde den Bunker aus dem Elsa zufolge der Maschinenakalypse-Klassus-Stamm. Komm jetzt da in den Bunker. Das wäre cool. Hier unten ist aber ein Personending, ne? Oh. Ja. Wir wollen die was von uns. Sprech mit Elsa. Mit der Kuh Elsa? Äh. Bin auch vorbeigelaufen. Wie eine Forschungsanlage, Herr Siebien. Eine Forschungsanlage. Mit höger Grad of hemmlichstämpling and on poste Törn. Det var målet för min attack. Hast du gehört? Bin nur das vor der Spielbereiche. Hier ist noch ein Koffer. Rättskumm-Werksamhet pågick der. An ihm aufhört zu labern. Weronika der Lenz ist da. Achso. Ah, scheiße. Ich muss erst mal meinen... Hier erst mal... Was? Massenzerstörungswaffen? Was ist los? Nichts. Ich kriege einen Schlaganfall. Gott sei Dank. Die... Die... Die Nasse ist immer doch ein Wert. Welche... Sie über Funk. Also hier bin ich bei einem... Sünder... Äh... Sünder sein. So. Ingen vorder. Anni da. Ach, da oben. Da können wir so im Unterschlupf zu... Österhellen. Ähm. Österhellen. Irgendwo rechts. Sag aber nicht oben, unten, Mitte. Ist okay, ich schläge. Warum dauern die Ladebildschirme jetzt so lange? Endlich ist das geknistelt im Hintergrund weg. Das war, glaube ich, ein kaputter Fernseher. Der stand drei Etagen höher. Puh. Ah. Knister, knister, knister. So hat er es die ganze Zeit gemacht. Das höre ich gerade. Oh, jetzt ist es weg. Ja. Öh, ist frisch. Hier ist eine Kiste. Was machst du da, Tiger? Du hast schon wieder Scheiße gebaut, ne? Hier ist irgendwo ein Gegner. Das hat schon wieder Scheiße gebaut. Ihr rennt schon wieder weg, wenn ich sie angucke. Gott, wie ernsthaft gerade hier? Hier rennt sie schon rum. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Vielen Dank.